Perfekt für Wohnmobil- oder Zeltreisen ist der Alu-Rolltisch von Berger. Wichtig für kompaktes Packen, er lässt sich leicht transportieren und verstauen. Aufgebaut ist er mit nur wenigen Handgriffen. Klappen Sie die Längsstreben auseinander und positionieren Sie die Tischbeine. Die Mittelstange verleiht dem Tisch Halt und Stabilität. Drei Streben bilden den Rahmen für die Rollplatten. Nun kann auch schon die Rollplatte eingelegt werden. Durch den verstellbaren Tischfuß können auch Unebenheiten im Boden ausnivelliert werden. Der Alu-Rolltisch überzeugt durch seine solide Verarbeitung. Sonnencreme, Zeitschriften und Co. finden schnell in der Netzablage Platz. Auf dem Grill duften die Steaks. Ihr neuer Alu-Rolltisch ist einladend gedeckt. So macht Urlaub Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Euer Alu-Rolltisch war's. Fertig.